Ich soll aufhören? Ich soll aufhören? Ja, korrekt. Du warst doch diejenige, die gesagt hat, dass er dich total kontrolliert. Ja, und als ich versuche zu helfen, da drehst du plötzlich alles um. Ich stehe da, als die böse Freundin, und du? Du kannst nicht mal pünktlich sein, um dich zu entschuldigen. Ich glaub's ja wohl nicht. Hey, ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Ich bin hier, um dir zu vergeben. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Komm schon aninglüsst wollen wir Loregoofern. Komm schon ab! Komm schon ab! Und da? Kannst du nicht selbst meine Werksleroughken? Wir machen Ihre Wünsche,